Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zum Thema gezuckerte oder eher karamellisierte Kondensmilch. Ich habe vor wenigen Monaten zufällig ein Video gefunden bei YouTube, wo jemand Milchmädchen, also diese gezuckerte Kondensmilch, die sich karamellisiert hat. Einfach im Kochtopf. Ihr nehmt einen Kochtopf, macht Wasser rein, stellt die gesamte Kondensmilchdose rein und kocht das einfach zwei bis drei Stunden. Da streiten sich ja die meisten. Ich habe es ausprobiert. Mit einer Stunde und 50 Minuten nur sprudelndes Wasser die ganze Zeit durchkochen. Ich habe so viel Wasser verwendet, dass die Dose, also die war ja im Stehen drin im Topf, dass sie wirklich ein Zentimeter über der Oberkante mit Wasser bedeckt war. Da habe ich auch zwischendurch immer drauf geschaut. Wenn es drunter war, dann habe ich immer ein bisschen heißes Wasserkocherwasser noch mit dazugegeben. Hat wunderbar funktioniert. Ich dachte, es klappt einfach nicht. Aber ich dachte, gut, ich möchte eine Torte machen. Eine Überraschungstorte. Das seht ihr auch in anderen Videos von mir. Und da habe ich das einfach ausprobiert. Und ja, mache die Dose auf. Jetzt nicht erschrecken. Für mich stank es in dem Moment wirklich nach Katzenfutter. Als hätte ich frisch eine Dose aufgemacht. Das war wirklich eklig. Aber das ist nebensächlich. Ja, ich rührte dann alles durch. Merkte dann, dass die Farbgebung... Ja, also es waren helle und dunklere Stellen. Also ich denke, dass sich der Zucker einfach unten abgesetzt hatte. Und aufgrund dessen... Ihr seht jetzt gleich auch noch mein Foto oder mehrere Fotos davon. Ja, und ich konnte es kaum glauben. Also diese warme Masse. Und ich habe dann probiert. Und das hat total nach Karamell geschmeckt. Also als hätte man fertige Karamellcreme irgendwie gekauft. Oder gerade in einen Schokoriegel mit Karamell gebissen. Also echt lecker. Und ja, ich habe den Versuch gewagt. Und konnte dann auch meine Karamelltorte herstellen. Also ich habe dann Biskuitboden ganz normal gebacken. Die sind dann in der Mitte durchgeteilt. Und dann eine Schicht, ja, etwa 0,7 cm dick, mit dieser Karamellcreme pur bestrichen. Die andere Hälfte des Biskuitbodens obendrauf getan. Und dann nochmal schön die Karamellschicht obendrauf gemacht. Wo wir merken, ich habe die Billigvariante von Kaufland genommen. Also nicht diese teure Milchmädchensache da von Nestle. Sondern, ich weiß nicht, wie das jetzt hieß genau. Oder von welcher Firma oder Marke. Das war gezuckerte Kondensmilch. 400 Milliliter Dose. Also so eine kleine. So. Ich glaube für 1,29, also wirklich günstig. Und das Gute dabei, man hat gleich eine Lasche zum Doseöffnen mit dabei. Also total mega super. Ja, und als die Torte dann soweit fertig war, habe ich dann noch eine Buttercreme drauf getan. Damit später dann auch Fondant drauf kann. Und das seht ihr auch alles in anderen Videos von mir. Würde mich freuen, wenn ihr die auch anschaut. Wenn ihr da Interesse habt. Und ja, liked gerne. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Oder PN, also persönliche Nachricht. Ja, liked auch gern. Äh, abonniert meinen Kanal gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.